Wie auch bei einem Realbesuch hier in unserem Werk startet jeder Firmenrundgang in unserem Besucherzentrum. Hier sind wir mit insgesamt sechs flexiblen und skalierbaren Besprechungszimmern, einer umfangreichen Musterartikelsammlung quer über alle Industriebereiche und unserer Cafeteria bestens für Ihren Besuch ausgestattet. Ein Stock höher befindet sich mit dem Vertrieb, dem Marketing und dem Sales Support die Stimme nach außen, die mit Ihnen unseren Kunden in Kontakt treten. Nach nur wenigen Schritten befinden wir uns im direkt angrenzenden Technikum, das in der Regel mit bis zu zehn unterschiedlichen Spritzgießmaschinen ausgestattet ist. Durch den regelmäßigen Austausch dieser Maschinen bleibt unser branchenweit einmaliges Technikum immer auf dem neuesten Entwicklungsstand. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen befanden sich hier eine 50 Tonnen Hydrobalance, eine 250 Tonnen Vertikalmaschine mit Benchmark-Schließsystem mit aktuellster Steuerungsgeneration DRC 2030 TBM und eine weitere 250 Tonnen Vertikalmaschine mit DRC 2020 HT und LSR-Dosieranlage. Zudem eine weitere Vertikalmaschine mit vier Tonnen Schließkraft und LSR-Dosieranlage und eine 1.000 Tonnen Vertikalmaschine mit 14,2 Liter Spritzvolumen und großer Silikonstopfeinrichtung. Für Automatisierungsversuche steht unsere Flexzellen mit integriertem Roboter zur Verfügung. Für unterschiedliche Spritzversuche, aber auch als Basis für Versuchsformen steht in unserem Technikum ein breites Spektrum von Versuchskalkanälen bereit. Das sind Kalkanäle mit offenen Düsen bis hin zu Flow-Control und eDrive-Ausführungen für Versuche mit Artikel-Direktanspritzung. Zusätzlich gibt es ein breites Sortiment an ETM-Töpfen bis hin zu unserem Zero-Waste ETM-System für die angussfreie Artikelproduktion. Mit vielen unterschiedlichen Versuchsformen lassen sich daher in Kombination Mischungsversuche und generelle Fließversuche unternehmen. Zusätzlich können Sie in unserem Maschinenpark im Technikum für Ihre Kleinserien- oder Musterartikelproduktionen buchen. Nur wenige Schritte weiter befinden wir uns in der Desma Academy, in der wir Ihnen ein umfangreiches Schulungs- und Trainingsangebot für Ihre Mitarbeiterqualifikation anbieten. Ein großer Vorteil ist die räumliche Nähe zu unserem Technikum, in dem die gelernten Inhalte gleich in der Praxis erprobt werden können. Neben den vor Ort Trainings bei uns in der Desma Academy oder bei Ihnen im Hause bieten wir seit 2020 eine große Produktpalette an Online-Trainings an. Über das komplette Online-Schulungsprogramm können Sie sich jederzeit in unserem Ecosystem oder über Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter informieren.